Und ab und zu einem weiteren Ticket-Video zum VfB. Wir legen los, es geht nach Berlin zur Hertha am Sonntag 17.30 Uhr, diese Woche am 24. April. Erstmal nochmal ein dickes Dankeschön an die DFL für die Ansetzung. Ist glaube ich auch die weiteste Austauschreise an dem Spieltag, die auf den Sonntag 17.30 Uhr zu legen. Schmägt, danke dafür. Verkauft wurden. Stehplatzblock G und H für über 15 Euro und Sitzplatzblock E für 40 Euro. Ich weiß nicht, warum es beim VfB noch auf der Auswärtsspielseite steht, weil eigentlich ist es ausverkauft. Kann man eigentlich auch als ausverkauft hinschreiben. War direkt drin. Donnerstag 16.00 Uhr ist der Verkauf gestartet, war direkt drin. Karten gab es in G3, G2, G1 und eben auch in E4. Ich weiß auch nicht, warum es diesen E-Block hier, dieses E4, also unseren Sitzplatzblock gibt. Weil, wie gesagt, da liegt noch ein kompletter F-Block in der Mitte mit vier Blöcken quasi Entfernung. Verstehe ich nicht ganz, aber egal, das Ausverkaufssupport ist da. Ich tippe mal, dass vor allem die G- und H-Blöcke, also G5, H2, H1, G4, so hauptsächlich die Ultra-Blöcke sein werden. Weil die auch nicht mal in Verkauf gegangen sind. Auch so vom Stadionplan her, von der Optik her würde das passen. Bin in G2 ziemlich weit oben. Es ist auch kein richtiger Stehblock so. Also, Kartenpreismäßig 15 Euro ist sehr geil. Ein Stehblockpreis so. Auch die Karten drumherum, so im Block F und sowas, direkt Anliegen quasi, wären bei 25 Euro. Das ist ein sehr, sehr geiler Preis da. Aber wenn man auf den 3D-Ticketing, auf die Webseite geht von Berlin quasi, sieht man, dass da auch, ne, das sind Sitzplätze so. Da werden alle stehen, ist ja klar. Aber es ist jetzt kein Stehblock ohne Sitzschalen, doof gesagt, ne. Man hat auch offiziell Reihe und Platz in dem Block. Wie gesagt, da ganz weit oben in G2, um hauptsächlich auch natürlich das hintere Turkscheid zu sehen, hoffentlich. Mit dieser Tadernbahn im Weg, das wird schon ein bisschen Entfernung sein. Und eben auch, wie gesagt, auch Thema Ultras. Da bin ich ganz weit oben. Da sollte auch das Vloggen hoffentlich klar gehen. Berlin selbst versucht die Karten auch gut loszuwerden. Das sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Vor allem der Unterrang ist sehr gut weg schon. Ob es jetzt ausverkauft wird mit 75.000, wie gegen Union, bezweifle ich. Aber es wird schon gut gefüllt sein. Da sorgen sie auch mit Aktion selber für die Hertha. Jeder Dauerkartenbesitzer bekommt für die letzten beiden Heimspiele ein weiteres Freiticket. Jedes Vereinsmitglied bekommt sogar gleich zwei Gratiskarten obendrauf. Klar, da ist der Spruch jetzt nicht weit von wegen, die kriegen ja schon noch nicht ausverkauft. Die müssen schon Karten verschenken, damit es voll wird. Da ist mir schon auch ein bisschen Wahrheit dran, ne. So ist es nicht. Aber natürlich muss man auch sagen, wenn man jetzt rein aus der Berlin-Fansicht guckt, wird man wahrscheinlich sagen, ey, cool, Aktion, Stadion wird voll, Freikarten voll nice. Wir hatten auch so ähnliche Aktionen beim VfB schon mal. Irgendwie 2014, 2015, wie auch immer. Kann ich mir mal an irgendwelche 5-Euro-Karten oder sowas gegen Braunschweig und sowas erinnern. Aber natürlich so auch ein bisschen Stichelei, so ein bisschen Anstich im Abstiegskampf. Ist ja ein Abstiegskracher da. Platz 15 gegen Platz 16 am Sonntag wird dermaßen wichtig. Hilf Gott, das musst du eigentlich fast gewinnen in Berlin. Ist natürlich dann einfach so ein Spruch. Nicht weit weg und natürlich auch durchaus irgendwie lustig, dass sie so Karten verschenken müssen. Was ich noch sagen kann, spielt jetzt auch ausgebucht bei VfB Away. Hätte ich gerade fast vergessen. Die haben auch Gästeblöcke G und H verkauft. Genau, das heißt, alles was so an VfB gibt, an Karten offiziell, ist weg. Man kann natürlich, wenn man in den Blockplan oder in den Stadionplan von Berlin reinguckt, noch mehr Karten verkaufen eigentlich. Siehe Union auch, ne. Auch die Blöcke hier, diese Blöcke drüber quasi im Oberrang. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Können auch alle noch weggehen. Per G und K eigentlich auch. Da sind keine Karten mehr freigebaut beim VfB. Da sind auch keine Karten quasi dazugekommen, nachdem die Karten schon weg waren, die zuerst freigeben wurden. Wie zum Beispiel gegen Mainz waren auch zuerst Karten unten frei. Als die weg waren, kamen oben Karten noch dazu. Das ist jetzt nicht passiert. Das heißt, wahrscheinlich haben sie einfach das freigeben, was sie mal getippt hätten. Wie viele VfB-Fans da eben auf den Sonntagabend um 17.30 Uhr kommen. Die hat aber auch noch eine weitere Option, eine weitere Aktion beim Netto tatsächlich. Weil diese Karten zum Beispiel auch rund um den VfB, wie gesagt, 25 Euro kosten die in der Preiskategorie. Und da solche Karten, Block L, Block P und so weiter, verkaufen die für 12,50 Euro. Also für die Hälfte vom Preis. Und auch da habe ich schon ein paar auf Twitter gesehen vom VfB aus, die sich da Karten geholt haben. Bin mal gespannt, wie viele da am Ende des Tages offiziell sein werden im Ausweisblock. Ich meine, wir dürfen ja so grob 7.000 eigentlich haben von der 10-Prozent-Regel. 75.000 passen ja rein. Schwer abzuschätzen. Ich würde mal schon tippen, dass wir so 3.000, 4.000 oder so was da schon haben werden. Mal gucken, was die offizielle Angabe wird, ob da noch irgendwas offiziell wird. Unser Heimspiel des Nächsten danach ist ja Wolfsburg. Da ist die Kurve auch schon komplett weg quasi. Das ist es ja immer. Auch schon durch die Mindedauerkarten und nach dem Mitgliederverkauf sind die ja quasi schon weg, die Kartenstarkurve. Der Rest wird sich auch alles noch gut verkaufen. Natürlich sieht es noch sehr frei aus so, aber das Spiel hat noch 12 Tage Zeit quasi im Verkauf. Das wird auch mehr oder minder ausverkauft werden, gehe ich mal davon aus. Das nächste und auch letzte Auswärtsspiel in dieser Saison sind dann die Bayern, wo ich auch gucken werde, dass sie an Karten kommen. Diesen Freitag, 22. April ab 10 Uhr, Freitagfrüh, gibt es für die Mitglieder den Verkauf fürs Auswärtsspiel in München. Freier Verkauf startet am Mittwoch, 27. April um 10 Uhr unter Vorbehalt. Also falls es noch welche gibt. Und das Köln-Spiel ist ja auch das letzte Heimspiel dann. Ist da für die Fanclub schon gestartet. Und morgen am Dienstag, 19. April ab 10 Uhr, gibt es für Dauerkartenbesitzer und Mitglieder die Karten gegen Köln. Und Freier Verkauf beginnt am Donnerstag, den 21. April ab 10 Uhr. Genau, das sind alle Ticketsinfos. Ich bin wie gesagt echt mal gespannt, wie viele da mit nach Berlin gehen. Wird aber trotzdem, glaube ich, eine gute Stimmung dort. Muss ja auch, alle in Rot. Wir werden pushen, wir werden Vollgas geben. Gerade auch die, die mit nach Berlin fahren auf so und so nach 17.30 Uhr. Das ist wirklich der komplette Tarte-Kern. Ich hoffe, dass wir auch sehr, sehr geile Stimmung machen werden in Berlin. Wird auch nötig sein. Wir müssen diese Mannschaft unterstützen, gerade in diesem dermaßen wichtigen Spiel. Damit bin ich raus von diesem Video. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wo ihr so am Start seid von den letzten Spielen, die wir haben. Letzten vier Stück, die wir haben. Auf zum Klassenerhalt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.